Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem 120. Versuch, dieses Video für euch aufzunehmen. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit am Start seid oder falls ihr neu dazugekommen seid, herzlich willkommen. Ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, dieses Video aufzunehmen. Es ist wie verhext gewesen, ernsthaft. Also entweder haben die Autofahrer gedacht, dass sie alle in ihre Autos steigen müssen und in meiner Straße langfahren müssen. Also es war alle zwei Sekunden, wenn ich gesprochen habe, irgendwie ein Rauschen zu hören. Die Aufnahme war also überhaupt nichts. Dann waren auch noch Baumarbeiten vor meiner Haustür. Also genau zur richtigen Zeit. Das heißt, ich konnte da auch immer überhaupt nicht aufnehmen, weil sie den ganzen Tag gesägt haben und irgendwelche Arbeiten an den ganzen Hecken durchgeführt haben. Und überhaupt hier in den Gebüschen und Pflanzen und was auch nicht alles hier um uns herum wächst. Aber jetzt sitze ich hier und ich hoffe, es wird das letzte Mal, dass ich versuche, diesen Fall aufzunehmen. Der heutige Fall wurde mir von einer Zuschauerin vorgeschlagen. Leider habe ich Nuss natürlich keinen Screenshot gemacht. Und leider finde ich den Kommentar überhaupt nicht mehr wieder. Aber ich habe ihr damals auch geantwortet. Also, falls du das hier siehst, schreib mir doch gerne nochmal in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen und sorry nochmal, dass ich ihn nicht gefunden habe, aber fühle ich wirklich ganz doll gegrüßt. Ich muss sagen, als ich von diesem Fall angefangen habe zu lesen, war ich so gefesselt, dass ich gesagt habe, ich muss den vorziehen und möchte euch direkt davon berichten. Es ist einfach echt heftig, was ich euch heute erzählen werde. Ich denke auch, man kann einiges aus diesem Fall lernen und man sollte stets aufpassen, wen man in seinem Leben lässt und wen man über den Weg traut. Also Leute, seid bitte mal vorsichtig genug. Und ich denke, ihr wollt, dass ich starte. Ich möchte, dass ich starte. Also, starten wir jetzt. Der heutige Fall geht um Anastasia Kriegel. Anastasia, auch Anna genannt, ist am 18. Februar 2004 in Russland geboren. Sie wird nach ihrer Geburt direkt zur Adoption freigegeben. Sie lebt fortan in einem Waisenhaus. Doch im Jahr 2006 hat Anna großes Glück. Die Familie Kriegel möchte Anna adoptieren. Und so passiert es dann auch. Anna ist das erste Kind der Familie Kriegel. Und Geraldine und Patrick, also ihre neuen Adoptiveltern, können selber keine eigenen Kinder bekommen. Daher ist Anna ihr größtes Glück. Sie sind so unendlich happy, jetzt ein eigenes Kind zu haben und eine richtig echte Familie zu sein. Die Familie Kriegel, also Geraldine, Patrick und Anna, leben in Dublin, Irland. Geraldine ist Senior Managerin in einer Rechtsabteilung eines öffentlichen Verkehrsdienstes, dem CIE. Und ihr Mann Patrick ist ehemaliger Französischlehrer an einer Universität in Irland. Er ist mittlerweile im Ruhestand. Geraldine und Patrick haben selber keine russischen Wurzeln und sind somit ja auch nicht so vertraut zur russischen Kultur. Aber ihnen ist es ganz besonders wichtig, dass Anna ihre Verbundenheit zu ihren Wurzeln kennt. Und deswegen behalten sie auch ihren gebürtigen Namen, Anastasia. Und sie möchten Anna ihre Kultur immer nahe legen. Anna lebt in einem wirklich behüteten Zuhause. Es ist sehr liebevoll. Sie hat eine wirklich gute Verbindung zu ihren Adoptiveltern, die für sie wie ihre echten Eltern sind. Und Anna ist auch wirklich für sie wie ihr echtes Kind. Sie machen da keine Unterschiede. Und das merkt man total in ihrer Beziehung miteinander. Anna ist ein wirklich sehr lebensfrohes und glückliches kleines Mädchen. Sie ist immer nett zu allen. Und sie liebt Sport. Sie liebt Schwimmen und Tanzen. Sie ist totaler Fan davon, sich zu bewegen. Und allgemein ist sie auch eine sehr sportliche Person. Man könnte sagen, Anna ist wirklich ziemlich athletisch. Doch sie hat auch gesundheitliche Schwierigkeiten. Und zwar wird während des Grundschulalters ein Tumor an ihrem Ohr entdeckt. Und der wird dann operativ entfernt. Durch diese OP hat Anna dann Hör- und Sehverlust, teilweise. Und ist somit dann eingeschränkt. Dies ist wohl auch nicht mehr heilbar oder wurde über die Zeit danach besser. Zusätzlich hat Anna deswegen eine ziemlich große Narbe über den Hinterkopf. Außerdem ist Anna in ihrer Kindheit wohl mal ziemlich stark gestürzt. Und deswegen hat sie auch eine auffällige Narbe an ihrem Kinn. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb Anna es wirklich schwer, Freunde zu finden. In der Grundschule macht sich das auch schon bemerkbar. Denn sie wird allgemein von eigentlich allen ihrer Mitschüler ausgegrenzt. Anna entwickelt sich zu einer Einzelgängerin. Zudem wird Anna auch noch ziemlich stark gehänselt. Ihre Mitschüler sagen, das sind nicht deine richtigen Eltern. Du bist nur adoptiert. Du hast keine richtige Familie. Deine echten Eltern haben dich nicht geliebt und wollten dich nicht haben. Und sie finden Anna auch allgemein seltsam. Durch ihre große Narbe am Kopf und auch allgemein finden sie, dass Anna einfach anders ist. Und das macht es ihr sehr schwer, überhaupt soziale Kontakte zu knüpfen. Und so ist Anna, wie gesagt, eigentlich immer nur alleine. Sie erträgt das Ganze und ihre einzige Freundin ist ihre Mutter. Sie ist tatsächlich sowas wie eine beste Freundin für Anna und auch ihre Cousinen. Sie hat wohl ziemlich guten Kontakt zu denen. Und wenn sie dann vorbeikommen, dann haben sie auch viel Spaß miteinander. Sie verbringen Zeit. Und ja, man könnte sagen, dass so ihre Familie eher ihre Freundschaften und ihre sozialen Kontakte sind. Anna wird in der Grundschule schon so stark gemobbt, dass es auch ihren Lehrern auffällt. Und diese dann Annas Eltern ansprechen. Sie sagen zu ihnen, dass sie sich wirklich große Sorgen machen, wenn Anna die Schule wechselt, dass Anna vielleicht auf der neuen Schule zur Zielscheibe werden könnte. Es werden einige Gespräche mit Annas Eltern geführt und diese gehen dann dem Ratschlag nach, mit der neuen Schule, auf die Anna dann kommt, nochmal zu sprechen, bevor sie wechselt. Und sie führen ein paar aufklärende Gespräche mit der Schule und teilen dann schon mal mit, dass Anna eine Vergangenheit hat, in der sie halt viel von den anderen ausgegrenzt wird und auch teilweise sehr gemein behandelt wird. Und diese Schule kann dann schon direkt damit besser umgehen. Auf Anna wird ein bisschen mehr geachtet, ob denn auch alles in Ordnung ist, ob sie nicht zu sehr ausgegrenzt wird. Und falls es der Fall ist, können sie vielleicht damit dann auch schon besser umgehen. Dann ist es so, dass der Sommer des Schulwechsels näher rückt. Anna wird in diesem Sommer von ehemaligen Mitschülern aus ihrer Grundschule über Social Media ganz stark und schlimm beschimpft. Diese schreiben ihr wohl Nachrichten und auch Kommentare unter ihre Beiträge und, ja, machen sie da regelrecht fertig. Obwohl Anna die Schule gerade wechseln wollte und eigentlich mit der alten Schule abschließen wollte und nach vorne schauen möchte, werden ihr trotzdem noch Nachrichten von ehemaligen Schülern oder noch Mitschülern dieser Schule gesendet. Und das ist natürlich wahnsinnig belastend für das Mädchen. Dann ist es endlich soweit. Anna wechselt die Schule und sie startet auf dieser Schule mit einer kleinen Aufgabe an sich selbst. Also jeder Schüler sollte wohl einen Brief an sich selber schreiben und dieser wird dann später wohl nochmal geöffnet. Und vielleicht kennt ihr das so selber. Das ist so eine schöne Idee zu einem Abschluss zum Beispiel, was man sich von der Zeit erhofft und welche Wünsche man an sich selber und an diese Zeit hat. Und zum Ende dieser Ausbildung oder Schule oder was auch immer man absolviert, kann man das dann nochmal lesen. Und das ist eine wirklich schöne Erinnerung dann an die Zeit. Und man kann so eine Reflexion zu sich selber aufstellen, ob man dieses auch erreicht hat und, ja, ob die Zeit auch so war, wie man sie sich am Anfang vielleicht so erwünscht und vorgestellt hat. So eine Aufgabe sollte Anna dann wohl erfüllen und sie schrieb einen Text. Doch auch auf der neuen Schule sind die Menschen in ihrem Umfeld nicht so nett, wie Anna es gerne wollen würde. Leider ist es so, dass Anna auch dort gemobbt wird. Zum einen, weil sie adoptiert wurde und auch diese Mitschüler ihr wieder sagen, das sind nicht deine echten Eltern, du hast falsche Eltern, du wurdest weggegeben und geben ihr natürlich ein unglaublich schlechtes Gefühl. Anna ist deutlich größer als ihre Mitschüler und sogar größer als ihr Vater. Anna sieht dadurch wesentlich älter aus, als sie ist. Und wir sprechen davon, dass Anna zu dem Zeitpunkt der Geschichte mittlerweile 14 Jahre alt ist. Und sie könnte schon locker als 17-, 18-Jährige durchgehen. Also sie sieht viel reifer aus, sie hat auch schon weiblichere Rundungen als die Mädels in ihrem Alter. Und das kann halt auch so ein Punkt sein, warum viele sie auch mobben und ausgrenzen. Denn sie sagen, sie wirkt seltsam. Und durch diese weiblichen Rundungen und dadurch, dass sie einfach schon viel reifer wirkt, kann es halt auch sein, dass viele neidisch auf Anna waren. Und Anna kann aber gar nichts dafür, dass sie so groß ist. Denn Anna hat eine Krankheit. Diese Krankheit verursacht, dass ihre Knochen schneller wachsen als ihre Muskeln. Und das ist wirklich ziemlich schmerzhaft für Anna. Sie hat teilweise dadurch natürlich dann auch Gliederschmerzen, wenn sie so Wachstumsschübe hat. Und ja, es macht es ihr nicht unbedingt leicht. Und dafür wird sie dann auch noch von anderen so ausgegrenzt. Anna hat einfach einen wirklich schweren Schulweg. Und ist auch allgemein sehr schwer, ein soziales Umfeld sich aufzubauen. Anna ist wirklich viel alleine. Aber dafür ist sie umso aktiver auf Social Media. Sie ist eigentlich auf allen möglichen Plattformen vertreten. Snapchat, Facebook, Instagram. Eigentlich alles, was man so kennt in dem Alter. Und Anna ist auch auf YouTube. Sie hat einen eigenen YouTube-Channel. Und dieser hat so, ja, roundabout 100 Abonnenten, habe ich gelesen. Und Annas Content, den sie dort hochgeladen hat, waren so Fashion- und Modevideos, Make-up und Tanzen. Und ja, sie präsentierte sich gerne da. Sie stand gerne vor der Kamera. Und das war einer ihrer Hobbys. Und eine Sache, die ihr wirklich viel Spaß machte. Doch auch dort sieht man viele wirklich fiese Kommentare. Sie bekommt Beschimpfung von anderen. Sie kriegt da Kommentare, die wirklich unter die Gürtellinie gehen. Und die absolut nicht zu rechtfertigen sind. Dinge, die man einem 14-jährigen Mädchen, welches auf Social Media ist, einfach nicht schreibt. Doch auch Annas Eltern merken, dass Anna solche wirklich furchtbaren Kommentare erhält. Und so kommt es dazu, dass Annas Mutter zu ihr sagt, so, wir kriegen jetzt erstmal dein Handy und möchten da mal reinschauen, was da so ist. Denn sie machen sich wirklich krasse Sorgen um ihre Tochter. Anna gibt alle Passwörter ihrer Mutter und ihre Mutter schaut ihr Handy durch. Sie findet ein paar Fotos auf Annas Handy. Und auf diesen Fotos ist zu sehen, dass Anna auf einem Stuhl sitzt mit verbundenen Augen und die Hände auf den Rücken gefesselt. Anna rechtfertigt die Bilder damit, dass sie sagt, das war nur ein Spaß. Sie und ein Mädchen, ich gehe davon aus, dass es eine Mitschülerin ist, hatten die Idee, dass sie Anna fesseln, um zu gucken, ob ein Junge sie dann retten würde. Und ja, es sei nur ein Spaß und ihre Mutter braucht sich keine Sorgen machen. Das war wirklich überhaupt nichts Schlimmes. So tut Anna das Ganze ab. Aber Geraldine findet zusätzlich noch Zugänge zu Fake-Profilen, die Anna erstellt hat. Und findet so heraus, dass einige der Kommentare und Nachrichten, die Anna erhalten hat, von diesen Fake-Accounts kommen. Und gar nicht von anderen Menschen aus dem Internet, bedeutet Anna hat sich diese Nachrichten selber geschrieben und sich selber zum Teil fertig gemacht. Dann kommt es auch noch dazu, dass ein Mitschüler von Annas Schule, der wohl zwei Jahrgänge über ihr ist, sie immer wieder angeschrieben hat und ihr ziemlich anzügliche Nachrichten schrieb. Anna diese aber nicht erwiderte. Außerdem gab es einen Vorfall an Halloween, an dem Anna auf einer Kinderdisco war. Sie aber nicht selber, sondern sie half da nur aus und machte wohl die Kinderbetreuung und auch so ein bisschen Servicearbeiten. Und als sie dann auf dem Weg nach Hause später war, wurde sie von vier Jungen verfolgt. Einer dieser Jungen hat sie wohl dann später auch ziemlich angemacht, also angebaggert und angegraben und ging da wohl auch schon sehr weit. Anna hat sich überhaupt nicht wohl damit gefühlt und ist dann, als sie zu Hause war, direkt zu ihrer Mutter und ihrem Vater gegangen und hat ihnen erzählt, was passiert ist. Ihre Eltern meldeten es mit Anna zusammen bei der Polizei und später wurde der Junge aber dann nur verwarnt. Es kommt wirklich nicht so selten vor, dass Anna aus der Schule kommt mit blauen Flecken, mit Prellungen, mit Schmerzen am ganzen Körper. Sie hat wirklich sichtliche Verletzungen oft und so kommt es dazu, dass Anna sich irgendwann ein blaues Auge selber aufmalt und damit in die Schule geht. Ihre Lehrer sind überhaupt nicht begeistert und schlussendlich wird sie dann suspendiert. Ihre Mutter sagt, dass sie glaubt, dass Anna ihren Schmerz damit ausdrücken wollte und zeigen wollte, was die anderen ihr eigentlich immer antun. 2017 kann Anna ihren Schmerz dann nicht mehr alleine unter Kontrolle haben. Sie tut sich selber weh und das mit einer Schere. Ihre Mutter ist unendlich besorgt, natürlich. Es wird immer schlimmer zunehmend und Annas Eltern entscheiden sich dazu, Anna in psychologische Hände zu geben. Sie möchten, dass Anna an einer Therapie teilnimmt. Annas Eltern wendeten sich an den Kildare Youth Service. Dieser wies Anna leider ab, denn dieser war nicht dafür zuständig, wenn sich Patienten selbst verletzen und so wurde sie an das zuständige Pieterhaus überwiesen. Anna hat eine wirklich gute Zeit in ihrer Therapie. Sie geht sechsmal zu dem Pieterhaus und danach wird sie wieder zum Kildare Youth Service zurückgeschickt, denn das Pieterhaus sagt, dass Anna nicht mehr gefährdet sei, sich in irgendeiner Art und Weise selbst zu verletzen. Anna hat dadurch wirklich große Fortschritte gemacht, denn zum Beginn ihrer Therapie war es so, dass sie nicht mal alleine dorthin fahren konnte oder von dort wieder nach Hause gehen konnte, weil sie solche Angst hatte, auf den Wegen vielleicht Leuten zu begegnen, die sie mobben könnten, die fies zu ihr sein könnten. Und so musste ihr Vater sie abholen und hinfahren. Zwischendurch hat das wohl auch mal die Mutter gemacht. Und Anna entwickelte sich so gut, dass sie alleine fahren konnte und alleine sich zu ihren Terminen begeben konnte. Sie entwickelte viel Selbstbewusstsein und, ja, wurde viel tapferer als vorher, erlangte neuen Lebensmut und, ja, begab sich auf einen wirklich guten Weg, würde ich jetzt mal sagen. Kommen wir nun zum 13. Mai 2018. Es ist ein ganz gewöhnlicher Sonntag. Anna ist zu Hause, ihre Familie ist zu Hause und ihre Mutter Geraldine fragt sie, ob sie ihr beim Lernen helfen soll. Denn Anna hat demnächst einige Klausuren in der Schule. Doch sie sagte, nein, lass uns chillen, Mom. Du hast die ganze Woche gearbeitet. Ich denke, wir sollten uns einfach ausruhen, ein paar Filme gucken und einfach zurücklehnen. Und so taten sie es. Sie holten sich Popcorn, sie chillten sich hin und sie verbrachten so den Vor- und Nachmittag zusammen. Später sollte noch Familienbesuch kommen. Und so kam dann Annas Cousin mit ihren Eltern vorbei. Geplant war, dass alle Pizza essen. Doch Anna möchte keine Pizza essen. Sie mag das wohl anscheinend nicht so gerne. Und sie besorgt sich asiatisches Essen. Sie aßen alle gemeinsam. Und nach dem Essen sind die Eltern von den Cousinen und Annas Eltern in den Wintergarten gegangen und waren unter sich. Und Anna und eine ihrer Cousinen sind nach oben in ihr Zimmer gegangen. Sie nehmen gemeinsam ein Video auf und später verabschiedet sich die Familie von Annas Cousinen und sie fahren wieder nach Hause. Anna und ihre Mutter unterhalten sich nochmal und sprechen darüber, dass am nächsten Tag, den Montag, wenn die Woche wieder startet, ein Arzttermin für Anna ansteht und zwar bei ihrem Psychologen. Ihre Mutter und sie besprechen, dass sie eine Notiz mitnimmt, auf der dann steht, dass sie um 14.30 Uhr die Schule verlassen darf. Anna legt sich den Zettel schon zurecht und sagt zu ihrer Mutter, hey, kannst du mich morgen noch wecken, bevor du das Haus verlässt? Ich würde dich gerne nochmal sehen. Und Annas Mom verspricht dir das und sie gehen gegen 22.30 Uhr ins Bett. Am nächsten Morgen, wie versprochen, Annas Mutter Geraldine weckt ihre Tochter. Anna steht auf, sie frühstückt, sie zieht ihre Uniform an, sie packt natürlich auch die Notizen ein, die sie braucht, um ihren Lehrern zu zeigen, dass sie früher gehen darf wegen dieses Arzttermines und so macht sich Anna dann, nachdem ihre Mutter losgegangen ist zur Arbeit, auch auf den Weg zur Schule. Sie verbringt den Vormittag ganz normal in der Schule und macht sich wie vereinbart um 14.30 Uhr auf den Weg nach Hause. Sie geht vor dem Termin nochmal schnell zu Hause rein, isst eine Kleinigkeit und geht dann direkt weiter zu ihrem Psychologentermin. Dort angekommen, führt sie ihre Gespräche und macht sich später wieder auf den Weg nach Hause. Als sie wieder zu Hause ist, gibt es so ein paar Ofenchips oder Pommes und sie isst die und chillt sich noch ein bisschen hin und versucht ihre Mutter gegen 16.02 Uhr zweimal zu erreichen. Ihre Mutter geht nicht ans Telefon und das liegt daran, dass sie wohl in einem Meeting ist. Denn ihre Mutter schreibt ihr eine Kurznachricht zurück und sagt ihr, hey, ich melde mich später und ich bin gerade beschäftigt. Anna weiß dann Bescheid und so ist auch allgemein so der Kontakt zwischen den beiden. Also es ist nie so, dass jetzt einer schreibt, wo bist du oder wo bleibst du oder egal was und dann kommt nichts zurück. Also selbst wenn der andere gerade nicht kann, teilt er mit, hey, ich kann gerade nicht. Aber es kommt nie nichts. Um etwa 16.55 Uhr klopft es an dem Haus der Familie Kriegel. Ein Junge steht davor und fragt, ob er mit Anna sprechen darf und Annas Vater ist erstmal so stutzig und weiß gar nicht, wer der Junge ist, denn es ist eine absolute Neuheit, dass überhaupt jemand bei den Kriegels klopft und nach Anna fragt, ob sie zur Tür kommen kann und sich mit ihr verabreden möchte. Patrick ruft seine Tochter und Anna freut sich total. Sie ist auch so ein bisschen verdutzt, weil sie es gar nicht selber glauben und fassen kann und das so plötzlich und ohne Vorwarnung passiert ist. Aber sie rennt nochmal schnell in ihr Zimmer hoch und zieht sich so einen schwarzen Pullover an, der einen weißen Aufdruck an den Armen hat. Danach geht sie zu dem Jungen vor die Tür und spricht mit ihm. Sie tuschelt wohl so ein bisschen laut miteinander und aufgeregt, aber man kann jetzt nicht verstehen, was sie sprechen und dann schließen sie die Tür. Annas Vater fällt dann ein, er hat gar nicht gefragt, wann sie wiederkommen will, wo sie hingeht und wollte mit ihr noch so die letzten Sachen abstimmen. Doch als er die Tür wieder öffnet, ist Anna schon ein Stückchen weiter mit den Jungen Richtung Park gegangen und er denkt sich, ja gut, ich rufe jetzt nicht hinterher, ich lasse ihr das, ich freue mich so sehr für meine Tochter, dass sie Freunde gefunden hat, die sie jetzt von zu Hause abholen, dass sie so diese Normalität kennenlernen kann und ja, er sagte, seine Tochter hatte so ein breites Grinsen über ihr Gesicht, sie sah so glücklich aus darüber, dass sie endlich jemand hat, der mit ihr rausgehen will und Zeit verbringen will und so ist es dann so, dass er sich entscheidet, ich stehe jetzt meiner Tochter nicht im Weg, ich werde jetzt nicht der seltsame Dad sein, der ihr hinterherläuft und dann nochmal vielleicht peinlich ist vor ihren Eltern, ich lasse sie jetzt gehen. Er beobachtet das Szenario so ein bisschen, er sieht, dass Anna ein Stück hinter dem Jungen geht und der Junge so vorweg, als wenn sie ihm folgt und der Junge hat auch noch einen kleinen Rucksack auf dem Rücken und das sind so die letzten Bilder, die er dann erstmal von seiner Tochter sehen soll. Euch interessiert ja wahrscheinlich brennend, wer ist denn jetzt der Junge, der Anna einfach abholt und was möchte er von ihr? Und ich muss euch leider enttäuschen, ich kann euch nicht so viel über diesen Jungen erzählen, denn er ist minderjährig und deshalb wurde seine Identität allgemein in den Medien geschützt und er wurde in allen Quellen, egal wo man darüber liest, Boy Bee genannt und dabei werde ich jetzt auch die ganze Geschichte bleiben. Boy Bee ist 13 Jahre alt und somit minderjährig, wie gesagt. Er kommt aus einem recht guten Elternhaus, also sind normal aufgestellt, es gibt keine Komplikationen, keine schlimme Vergangenheit, er wird selber nie in der Schule jetzt irgendwie gehänselt, gemobbt, geärgert. Es gab eigentlich nichts Auffälliges. Seine Familie ist eine sehr engagierte Familie und er hat auch wie Anna so ein behütetes, liebevolles Zuhause und wächst ja total normal auf. Außerdem ist Boy Bee sehr intelligent. Er ist herausstechend schlau, also er hat super Schulnoten, die sind wirklich 1A. Er hat eine wirklich klare und hohe Auffassungsgabe. Also er kann sich auch mit Erwachsenen sehr gut unterhalten und ja, kann schon in diesem Niveau auf jeden Fall auch mit denen sprechen und er wirkt durch seine Aussprache und überhaupt, wie er sich so artikuliert, viel reifer als er ist, spielt jedoch aber zum Beispiel total gerne noch mit Pokémon-Karten und Transformers. Also er ist ein altersgebliebener 13-jähriger Junge, der einfach nur wirklich sehr intelligent ist und seine intelligente Art und Weise auch gut einsetzen kann, wie man so an seinen schulischen Noten und an allem so erkennen kann. Mittlerweile ist Annas Mutter in der Bahn und fährt nach Hause. Sie fährt noch mit einer Arbeitskollegin, doch diese steigt dann ein paar Stationen später aus und Annas Mutter fährt noch etwas weiter. Dann hat sie endlich Ruhe und kann ihre Tochter anrufen. Sie ruft sie an, doch die Mailbox geht direkt ans Telefon und sie denkt sich, ja gut, ich spreche da jetzt keine Nachricht drauf, ich bin gleich zu Hause, ich kann ja da mit ihr quatschen. Es gibt ja jetzt gerade nichts Eiliges und als sie dann zu Hause ankam, trifft sie ihren Mann Patrick im Garten und sie fragt ihn, wo ist denn Anna? Und er sagt, ja Anna, du wirst es nicht glauben, aber die wurde abgeholt von einem Jungen, einem neuen Freund aus ihrer Schule wahrscheinlich und ja, er war total happy und hat ihr das erzählt, doch Geraldine war erstmal so, echt, die wurde abgeholt? und sie hat der ganzen Sache irgendwie überhaupt nicht getraut. Sie empfand das direkt als total merkwürdig, aber sie freute sich natürlich auch für ihre Tochter und war glücklich, dass sie es wohl endlich geschafft hat, vielleicht auch mit Hilfe der Therapie und allem, jetzt Freunde zu finden. Kurze Zeit später entscheiden sich Annas Eltern erstmal zu essen und sich hinzusetzen und ja, den Feierabend einläuten zu lassen und dann merkt sie aber, Anna kommt immer noch nicht nach Hause. Sie schreibt ihr eine Nachricht und schreibt, Home now. Also, komm jetzt nach Hause und da sollte man als Tochter eigentlich alle Alarmglocken hören und sagen, okay, jetzt sollte ich mich beeilen, jetzt sollte ich mich irgendwie bei meiner Mutter melden und ihr Bescheid sagen, dass ich jetzt komme oder halt demnächst dann kommen werde, wo auch immer ich bin und wie lange ich brauche. Nein, Anna antwortet nicht und das ist auch das, was Geraldine einfach ein noch schlechteres Bauchgefühl gibt. Sie sagt selber, es ist wie so ein mütterlicher Instinkt gewesen. Sie hat einfach das Gefühl gehabt, es ist irgendwas los, es ist nicht normal. Nicht nur, dass sie jetzt abgeholt wurde und das sonst nie vorkommt. Es ist so komisch, dass sie abgeholt wird, was sonst nie vorkommt und dann gar nicht sich zurückmeldet. Und vielleicht erinnert ihr euch, Anna und ihre Mutter haben immer einander geantwortet und Annas Handy ist nicht einfach aus, denn sie ist ein Teenager. Sie geht nicht ohne ihr Handy raus und vor allem nicht, wenn ihr Akku so gut wie leer ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist ja bei den Teenagern mittlerweile schon an die Hand gewacht. Und sie kann sich eigentlich nicht erklären, warum Anna sich nicht meldet. Sie könnte sich auch von anderen melden, denn sie weiß die Haustelefonnummer von ihrem Zuhause und sie weiß, wie sie ihre Eltern erreichen kann. Anna weiß, dass ihre Eltern schnell besorgt sein können, da sie mittlerweile ja schon so viele Mobbing-Attacken miterlebt haben und Anna ja auch schon mit Verletzungen nach Hause kam. Und so machen sie sich natürlich Gedanken, was jetzt sein könnte. Und wegen dieses Bauchgefühls schrieb Geraldine ihrer Tochter ein zweites Mal. Sie schrieb, antworte mir jetzt, ansonsten rufe ich die Polizei. Doch auch hier, Fehlanzeige, es kam nicht zurück und beide Nachrichten kamen auch nicht an. Und das ist der ausschlaggebende Punkt, wo Geraldine sagt, irgendetwas stimmt nicht, ich werde jetzt losgehen und ich werde im Park gucken, wo Anna ist. Denn sie erinnerte sich ja daran, dass ihr Mann sagte, sie sind in Richtung Park gegangen. Sie kann jetzt vermuten, dass sie ihre Tochter vielleicht dort findet. Sie geht in den Park und sie hat sehr große Hoffnung, dass sie jetzt durch den Park schlendert und irgendwo einfach ihre Tochter auf einer Bank sitzen sieht und sich mit irgendjemandem verquasselt hat. Sie geht jede Bank ab und geht ein gutes Stück, aber sie sieht ihre Tochter nicht. und dann entschließen sie und ihr Mann sich dazu, mit dem Auto die Straßen abzufahren. Anna liebte lange Spaziergänge und das wissen ihre Eltern. Sie haben sich gedacht, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass Anna irgendwie noch auf die Idee gekommen ist, einen Spaziergang zu halten, alleine oder vielleicht mit ihrem neuen Kumpel. Aber es gibt diese Möglichkeit und die wollen sie ausschöpfen und so fahren sie los. Währenddessen versuchen sie, anhand des Erscheinungsbilds von dem Jungen, den Patrick ja auch gesehen hat, herauszufinden, wer der Junge ist. Und tatsächlich, sie können herausfinden, wer er ist, aber sie können nicht herausfinden, wo er wohnt oder wer seine Eltern sind. Zeitgleich versuchen sie auch noch zu telefonieren. Sie sind wirklich gerade mit zehn Händen gleichzeitig beschäftigt, ihre Tochter wiederzufinden. Doch keiner weiß, wo sie steckt. Und so entschließen sie sich dazu in Absprache mit einem Freund von ihnen, der ehemaliger Polizist war, dass sie ihre Tochter vermisst melden. Sie gehen zur Polizei und tun das, was jedes Elternteil am meisten fürchtet. Sie melden ihre Tochter als vermisst. Und die Polizisten nehmen ihre Anfrage tatsächlich, obwohl Anna schon 14 Jahre alt ist und obwohl es jetzt auch noch nicht spät in der Nacht ist und Anna auch noch nicht lange weg ist. Ernst, die Beamten fahren zu dem Haus von Boy B und fragen ihn, wo Anna ist. Sie konnten mittlerweile herausfinden, wer der Junge ist und wo er wohnt. Boy B sagt den Ermittlern, dass er mit Anna in den Park gegangen ist und nachdem er dann mit Anna in den Park gegangen ist, hat er sich um 17.40 Uhr ungefähr wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Denn er musste Hausaufgaben machen und hat dann Anna verlassen und danach auch überhaupt nicht mehr gesehen. Er weiß nicht, wo sie sein könnte und was mit ihr passiert ist. Der Vater von Boy B kriegt das ja alles mit und er sagt den Ermittlern, dass er glaubt, dass sein Sohn mehr weiß, als er sagt. Und wenn ein Vater das schon sagt, dann hat das einiges zu heißen. Am 15. Mai 2018 werden weitere Suchaktionen durchgeführt, unter anderem auch von freiwilligen Helfern und Boy B wird erneut befragt. Die Ermittler fragen ihn, ob er sich vielleicht noch an mehr erinnern könnte und Boy B erzählte den Ermittlern auf einmal eine völlig andere Geschichte. Und zwar erzählt er den Ermittlern, dass er an dem Tag, wo er Anna abgeholt hat, von Boy A und so macht Boy B jetzt vielleicht auch Sinn für euch, denn es gibt ein Boy A. Boy A bat Boy B wohl darum, dass Boy B Anna abholen sollte. Er sollte Anna in den St. Catherine Park bringen und Boy A wartete dort auf sie. Boy A wollte Anna wohl sagen, dass er nichts für sie empfindet, denn Anna scheint wohl in ihn verliebt gewesen zu sein und Boy A wollte die Situation jetzt aufklären. Deswegen sagte Boy A zu Boy B, er solle sie überhaupt abholen. Danach ist Boy B dann aber nach Hause gegangen und hat die beiden allein im Park gelassen und anschließend auch gar nicht mehr gesehen und wüsste überhaupt nicht, was die beiden danach getrieben haben. Er hat ganz normal, wie er auch vorher schon gesagt hat, seine Hausaufgaben zu Hause erledigt und mehr wüsste er nicht. Das reicht den Ermittlern aber nicht. Sie nehmen Boy B mit und fahren mit ihm in den St. Catherine Park und sagen zu ihm, dass er ihnen zeigen soll, welche Routen er gegangen ist, mit und ohne Anna und wo er sich an diesem Tag überall in diesem Park aufgehalten hat. Die Polizeibeamten ermitteln sehen anhand eines Tetra-Radios die GPS-Koordinaten, die Boy B ihn zeigt, an denen er sich aufgehalten hat. Anschließend wird Boy B dann wieder nach Hause gefahren und die Ermittler veröffentlichen Annas Vermisstenmeldung. Es werden Fotos veröffentlicht, wie Anna zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ausgesehen hat und eine allgemeine Personbeschreibung. Daraufhin melden sich einige Menschen bei der Polizei und es gibt unterschiedlichste Hinweise. Die einen sagen, sie haben sie an Dublin, am Flughafen gesehen. Die anderen sagen, es gab ein Mädchen, das lag in einer Sackgasse und die sah aus wie Anna. Später stellte sich dann aber heraus, dass es nicht Anna war. Allgemein wurde Anna vermeintlich an den unterschiedlichsten Orten gesehen. Doch all diese Spuren führten zu nichts. Die Polizisten kamen von einer Suchaktion zurück und trafen einen Mann. Dieser Mann hielt die Polizisten an und sagte ihnen, dass er davon gehört hat, dass Anna verschwunden sei und er gab den Polizisten einen Hinweis und zwar den Hinweis auf ein Klärwerk, wo auch Jugendliche abends so abhängen. Das ist so ein Hotspot, da können die heimlich trinken, heimlich rauchen und einfach mit ihren Freunden rumhängen. Und er sagte, vielleicht ist das ja eine Idee, vielleicht ist sie irgendwie dorthin gelangt und vielleicht finden sie Anna dort. Später wird den Ermittlern klar, dass dieser Mann mit seinem Sohn der Vater von Boy A war mit seinem Sohn Boy A. Boy A wird in die Ermittlungen mit einbezogen und er wird gemeinsam mit Boy B in den Park gebracht. Boy B soll nun zum zweiten Mal zeigen, welche Routen er gegangen ist und Boy A dann zum ersten Mal. Und die Ermittler merken gleich, dass Boy B ganz andere Routen zeigt als beim ersten Mal. Es ist schon merkwürdig, dass er nach so kurzer Zeit vergessen hat, welche Strecken er gegangen ist. Und auch Boy A zeigt, welche Strecken er gegangen ist. Später kommen sie dann an einer BMX-Strecke vorbei. Diese BMX-Strecke bringt die Jungs zum Halten und sie schauen sich merkwürdig an. Also es ist ein so merkwürdiges Angucken, als wenn sie miteinander sprechen. Also den Ermittlern fällt es sofort auf, dass sie irgendwas verheimlichen und sich irgendwie komisch angucken und versuchen mit den Augen zu kommunizieren. Und daraufhin sagen die Ermittler, Schluss, jetzt werden die Jungs getrennt. Irgendwas stimmt hier nicht. Und sie trennen die beiden. Die beiden werden getrennt befragt, aber jeweils mit ihren Eltern anwesend, da sie ja minderjährig sind und sonst die Aussagen nicht rechtskräftig wären. Und auch die Eltern sind immer dabei, wenn sie jetzt zum Beispiel so Routen zeigen, wie sie es im Park getan haben. Sie werden wirklich immer mit einbezogen. Und dann werden die Jungs befragt. Boy A sagt den Ermittlern, dass er an dem Tag des Verschwindens von Anna von Boy B gefragt wurde, ob er nicht mit in den Park wollen würde. Er sagte Boy B, nee du, ich habe noch so viele Sachen auf dem Zettel. Wenn, dann komme ich nach. Ich gebe alles und dann sehen wir uns nachher. Und Boy B sagt, okay cool, dann gehe ich schon mal vor, dann komm nach. Und so passiert es auch. Boy A machte sich dann später wohl auf den Weg, war mit all seinen Sachen fertig, die er erledigen sollte oder erledigen musste. Und er sah Boy B im Park. Er sah Boy B aber nicht alleine, sondern mit Anna. Und Boy B ist klar kein unbekanntes Gesicht für ihn. Er ist sein bester Freund. Und Anna ist auch kein unbekanntes Gesicht, denn er kennt Anna aus der Schule. und daher ist alles cool. Er geht zu denen hin und Anna und er unterhalten sich. Anna fragt ihn dann so, wollen wir mal zusammen ausgehen? Ich finde dich ganz cool, ganz süß, habe mich in dich verguckt und ja, gesteht ihm so ihre Gefühle. Und Boy A versucht, so nett es geht, ihr einen Korb zu geben, wie er sagt. Also so nett, wie man einen Korb auch verpacken kann. Er sagt sie ja, hey und so, ich stehe nicht auf dich und ich erwidere das einfach nicht. Und Anna war in dem Moment total traurig. Es hat sie so gekränkt, sagte er, dass sie direkt ihre sieben Sachen quasi nahm und ohne ein Ton gegangen ist. Sie konnte nichts mehr dazu sagen. Sie sah wirklich wütend und traurig und ja, frustriert aus und machte sich auf den Weg. Sie rannte oder ging schnell weg und danach sah er sie nicht mehr. Boy B ging wohl zeitgleich und so war es dann so, dass alle drei alleine jeweils auf dem Weg nach Hause waren. Boy B wollte ja seine Hausaufgaben machen und Boy A stand dann nun alleine. Er machte sich auf den Weg und wurde von zwei Männern attackiert. Wie er sagte, Boy A konnte sich aber aus diesem Kampf befreien. Er rannte nach Hause, so schnell es ging und seine Eltern sahen ihn. Er hatte ziemliche Spuren von diesem Kampf im Gesicht und an den Arm. Daraufhin sollte Boy A Phantombilder erstellen und dann wurden diese genutzt, um Leute zu fragen, ob sie vielleicht die Angreifer gesehen haben. Denn es könnte ja sein, dass auch diese Angreifer etwas mit Annas Verschwinden zu tun haben. Dass sie vielleicht Anna irgendwie begegnet sind und ja, es nicht gut geendet ist. Und so versuchen sie es herauszufinden. Doch niemand im Park meldet sich oder sagt, dass er diese Person kennt, gesehen hat. Nichts. Es ist so, als wenn diese Personen noch gar nicht existieren. Für die Polizei klingt das mittlerweile alles so ein bisschen wirr. Der eine Junge sagt dies, der andere Junge sagt das. Irgendwas stimmt an dieser Sache nicht. Die Polizei möchte versuchen, anhand der Kleidung, die DNA-Spuren von den Angreifern eventuell ermitteln zu können. Aber die Kleidung von Boy A wurde an dem Tag von Annas Verschwinden abends noch gewaschen. Die Schuhe konnten soweit beschlagnahmt werden. Zwei Tage später, am 16. Mai 2018, wird die Suche nochmal intensiviert. Überall wird nach Anna gesucht, in Gewässern, in Flüssen. Es werden richtige Truppen zusammengestellt. Und es wird wirklich intensiv nach dem Mädchen gesucht. Doch man findet nichts. Man versucht auch, ihre Handyaktivitäten zu checken. Doch seit dem Tag ihres Verschwindens und seitdem ihre Mutter sie versucht hat zu erreichen, ist ihr Handy aus. Es wurde seither gar nicht mehr angeschaltet. Ja, so verschwindet dann auch die Hoffnung, dass sie Anna anhand ihres Handys finden können oder vielleicht dem Täter, der noch im Besitz ihres Handys sein könnte. Am 17. Mai 2018 wurde das Glenwood House in der Nähe des St. Keflin Parks ungefähr drei Kilometer von Annas Zuhause durchsucht. Das Glenwood House ist Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut worden von einem Architekten. Das Haus ist ein wirklich sehr schönes, schickes Haus. Es war früher sehr modern. Ein wirklich sehr stilvolles Haus, in dem eher so gehobenere Familien lebten. Doch es stand lange leer, sollte dann später noch mal für ein Pflegeheim genutzt werden. Doch dieser Plan zerplatzte wohl und so fing es an zu zerfallen. Das Dach stürzte ein, es hatte überall Graffitis, es war auf jeden Fall nicht mehr so, wie man es mal in Erinnerung hatte. Dieses Haus gleicht nun einer Ruine und wurde dann, wie das Klärwerk, was dem Polizisten auch als Ort vorgeschlagen wurde, um dort nach Anna zu suchen, zu einem Hotspot. Also es heißt, auch wieder Jugendliche, die da regelmäßig abends mal abhingen, chillten und ja, rauchten, tranken, Musik hörten und einfach ungestört für sich sein wollten. Und deswegen dachten sich die Ermittler, ist vielleicht keine schlechte Idee, da sollten wir noch mal nachschauen und vielleicht gibt es da Spuren. Die Ermittler betreten das Glenwood House. Ein Ermittler betritt das Haus. Er geht durch den Korridor und er geht recht schnell zu Raum 1. So wird dieser Raum dann in allen Berichten betitelt. Er betritt diesen Raum und dieser ist wirklich sehr duster, denn alle Fenster sind barrikadiert durch so Holzbretter und dann auch vernagelt. Ein wenig Tageslicht scheint rein durch die Schlitze, die dann zwischen diesen Brettern sind. Doch es ist sehr dunkel, er kann nicht so viel erkennen, aber er riecht einen metallischen Geruch. Er kann Blut vernehmen und er kann auch etwas Blut an den Wänden und auf dem Boden deuten. Er sieht eine Gestalt im Raum. Diese Gestalt antwortet ihm nicht, denn er ruft mehrmals hinein und er kriegt keine Antwort. Er holt seinen Kollegen hinzu und was die beiden dann finden, ist einfach unglaublich. Sie finden Anna. Anna ist unbekleidet und sie hat nur noch ihre schwarzen Socken an. Ihre Kleidung ist im ganzen Raum verteilt und auch ihre Fingernägel, was auf einen Kampf hindeutet. Ihre Haare hängen ihr ins Gesicht und auch ihr Smartphone liegt kreuz und quer im Raum verteilt, denn dieses wurde kaputt gemacht. Zudem wurde ein Betonklotz gefunden und ein Stock, der an beiden Seiten wohl Nägel hat, so steht es zumindest in einigen Berichten. Beides ist voll mit Blutspritzern. An Annas Hals finden die Ermittler Klebeband und drei ihrer Finger sind darunter, als wenn sie versucht hätte, sich noch zu befreien und es ihr dann aber nicht mehr gelungen ist. Ein Arzt sollte zum Tatort kommen und bestätigen, dass Anna nicht mehr lebt. Anschließend wurden alle Beweise eingesammelt, jede Spur wurde aufgenommen, jede Zigarettenkippe, jede Bierdose, sämtlicher Schutt, alles wurde mitgenommen und nach Spuren untersucht. Auch Annas Eltern wurden informiert und ihnen wurde diese unglaublich furchtbare Nachricht übermittelt. Sie sollten später dann kommen und ihre Tochter identifizieren. Später dann in der Autopsie wurde festgestellt, dass Anna 50 Verletzungen hatte und man konnte auch nicht feststellen, ob Anna in der Zeit, wo sie die Verletzungen erlitten hat, bewusstlos war. Außerdem wurde festgestellt, dass mindestens einmal versucht wurde, sich an Anna zu vergehen. Die DNA-Spuren am Tatort wurden ausgewertet und alle Blutabdrücke und alle Fingerabdrücke gehörten zu Anna. Auf einem T-Shirt von ihr wurden aber Samenzellen gefunden. Die DNA-Spuren wurden mit denen der beiden Jungs abgeglichen und sie hatten einen Volltreffer. Sie gehörten zu Boy A. Außerdem fanden sie auf den Schuhen, die sie von Boy A beschlagnahmt hatten, die DNA von Anna. Und somit gab es für die Ermittler eigentlich keinen Zweifel mehr, dass Boy A definitiv mit der Tat etwas zu tun hatte und den Ermittlern nicht alles gesagt hat, was er weiß. Sie wissen ganz genau, sie werden bei den Jungs noch mehr herausfinden, als das, was sie ihnen sagen. Und deswegen beschlagnahmen sie die Handys der beiden. Und das, was sie auf dem Handy von Boy A finden sollen, das ist auf jeden Fall nicht altersgerecht für einen 13-Jährigen. Sie finden aus seinem Handy unzählige optione Videos mit Kindern, mit Tieren, mit Frauen. Sie finden tausende Fotos, auf denen so maskierte Männer sind. Und diese Fotos sind definitiv nicht jugendfrei. Außerdem finden sie auch ganz viele nicht jugendfreie Videos, wo russische Frauen zu sehen sind. Und eine von denen heißt auch in den Videos Anastasia. Und er googelte mit seinem Handy, wo verlassene Orte in seiner Nähe sind. Zudem fanden sie in seinem Verlauf unzählige Horrorfilme. Er interessierte sich ziemlich so für die dunkle Seite und für alles, was düster ist und ja, furchteinflößend. Und das soll nicht alles sein. Sie finden auf seinem Handy ein Screenshot, auf dem die 15 grausamsten Methoden aufgelistet sind, wie man Menschen verletzen kann und wie man ihnen wirklich ernsthaft wehtun kann. Also absolut nicht das, was man auf dem Handy eines 13-Jährigen finden sollte. Es wird ein Haftbefehl ausgestellt und einen Abend, bevor die Jungs festgenommen werden sollen, werden die Eltern informiert. Man teilt den Eltern mit, dass die Jungs am nächsten Tag festgenommen werden, um so behutsam wie möglich mit den beiden 13-Jährigen umzugehen. Kurz nachdem die Jungs festgenommen wurden, wurde in beiden Häusern eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Man hat diese Hausdurchsuchung nicht angekündigt, damit man nicht verursacht, dass vielleicht vorher Beweise verschütt gehen könnten oder vernichtet werden. Außerdem hat man diese Durchsuchung sehr diskret ablaufen lassen. Man hat darauf geachtet, dass Zivilfahrzeuge genutzt werden, dass die Beamten auch Zivilkleidung tragen. Alle Gegenstände, die aus dem Haus gebracht wurden, wurden in Müllsäcken rausgebracht, die unscheinbar aussehen, also gewöhnliche Müllsäcke sind und nicht ein bisschen den Anschein geben, als wenn die Familien in ein Verbrechen verwickelt sein könnten. Bei der Hausdurchsuchung wurde man dann auch fündig. Man fand in dem Schrank von Boy A in seinem Zimmer einen Rucksack. In diesem Rucksack war ein schwarzes Halstuch, Knie- und Schienbeinschoner und schwarze Handschuhe. So wie eine Maske, die selbst gebastelt aussah und auch selbst gebastelt ist, denn er bastelte sich diese wohl mal an Halloween und sie war zur Hälfte für das Gesicht, um es zu bedecken und die Nase und die Augen wurden wohl ausgeschnitten, dass er atmen konnte. Unten waren dann Zähne an der Maske dran und diese Zähne waren dann auch so mit roter Farbe bemalt, als wäre da Blut. Außerdem war alles, was in diesem Rucksack war, voll mit Annas Blut und mit ihrer DNA. Außerdem finden die Ermittler bei Boy A ein Notizheft. In diesem Notizheft stehen Namen drin, aufgelistet und separat davon die Namen von Boy A und Boy B. Es sind zudem noch viele teuflische Sprüche und so Beschwörungen drin und einige Zeichnungen. Außerdem ist eine Liste von Regeln dort drin. Diese Regeln besagen, dass sie sich normal verhalten sollen, dass sie nicht darüber sprechen dürfen und dass sie nicht über Gott sprechen dürfen. Die Befragungen, nachdem die Jungs festgenommen worden sind, werden wirklich sehr behutsam durchgeführt. Es wird darauf geachtet, dass keine Taktiken angewendet werden, dass die Jungs nicht unter Druck gesetzt werden. Man versucht einfach, so gut es geht, mit dieser komischen Situation umzugehen, dass die mutmaßlichen Täter vielleicht 13 Jahre alt sind und daher wird ihnen auch immer wieder Pausen gegeben. Also mindestens 10 Minuten in der Stunde, wenn nicht sogar länger und sie dürfen immer wieder zur Toilette gehen. Sie dürfen sich Kleinigkeiten kaufen, so Snacks und Getränke, wenn sie möchten, immer in Begleitung natürlich und ihre Eltern sind immer an ihrer Seite. Es werden sogar Schlafmöglichkeiten eingerichtet, die für die Jungs und die Eltern dann vorgesehen sind, damit die Eltern auch wirklich immer an der Seite ihrer Jungs sein können. Die Ermittler zeigen Boy B ein Foto vom Klebeband, welches sie am Tatort bei Anna gefunden haben. Boy B sagt zu ihnen, warten Sie eine Minute. Oh mein Gott, ich habe das Klebeband letztens Boy A gegeben. Dann erzählt Boy B den Ermittlern von einem sehr fragwürdigen Gespräch zwischen ihm und Boy A, was ungefähr ein Monat vor Annas Verschwinden entstanden ist. Boy A fragt ihn, willst du mal jemanden ausschalten? Boy B, nein, natürlich nicht. Boy A, warum nicht? Boy B, wen denn? Boy A sagte, Anna und Boy B antwortete darauf, wovon träumst du nachts? In der Zwischenzeit konnte die Polizei alle Videoaufzeichnungen aus dem St. Catherine Park überprüfen und sie konnten feststellen, dass Boy B gar nicht die Wahrheit gesagt hatte, denn Boy B hat nicht nur seine Aussage geändert, wo er lang ging, nein, er war auch überhaupt nicht auf den Aufzeichnungen, wo er gesagt hat, wo er gewesen wäre. und da merkte Boy B, das Spiel ist aus. Er muss jetzt gestehen und er sagte den Ermittlern, ich werde gestehen, aber ohne meine Mutter. Ich möchte, dass sie rausgeht. Doch die Ermittler lehnten ab. Sie sagten, es geht nur, dass er gesteht oder aussagt, wenn seine Mutter dabei ist, da er noch minderjährig ist und ansonsten seine Aussage überhaupt nicht rechtskräftig wäre. Boy B machte dann nicht nur ein Geständnis, er gab insgesamt acht Geständnisse ab und während dieser acht Geständnisse entwickelte sich seine Story immer weiter, sodass die Ermittler glaubten, dass dann am Ende das die Story ist, die dem am nächsten kommt, wie es passiert sein müsste. Und was passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Boy B sagt, er hat Anna abgeholt, wie er auch den Ermittlern berichtet hat, doch er ist nicht mit ihr zum St. Catherine Park gegangen, er ist mit ihr direkt zum Glenwood House gegangen. Dort hat Boy A auf die beiden gewartet und wollte mit Anna sprechen, weil Anna ja in ihn verliebt war und er ihr den Korb geben wollte und sagen wollte, dass er diese Gefühle nicht erwidert. Und daraufhin kam er dann mit Anna dort an und Anna ging zu Boy A. Sie ging in Richtung das Glenwood House rein, Boy B schaute sich draußen ein bisschen um und dann hörte er Geräusche. Er ging zu Boy A und zu Anna, die mittlerweile in Raum 1 waren und er konnte sehen, wie Boy A Anna schubste. Er schubste sie mit seinem ganzen Körper, sodass sie zu Boden fiel. Anschließend packte er sie und er versuchte sie auszuziehen mit der anderen Hand und Anna war natürlich panisch. Sie schreite, sie versuchte sich zu wehren und irgendwie schaffte sie es, dass sie sich umdrehen konnte. Sie schaute Boy B total flehend und hilflos an und er bekam Panik, er bekam eine Kurzschlussreaktion und rannte einfach weg. Er ist einfach davongerannt und neben Annas flehenden Blick sah er dann auch noch Boy Bs leeren Blick und alles zusammen hat ihn überfordert und er rannte los, er hatte eine Kurzschlussreaktion und er wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit sich und er hatte einfach panische Angst. Während er wegrannte, hörte er einen wirklich sehr lauten Schrei und er sagte, dieser Schrei wurde dann beendet, dadurch, dass er so erstickt wurde, als wenn jemand die Hand auf den Mund von der Person legt, die versucht zu schreien oder zu rufen und der Ermittler sagte zu ihm, wieso er denn nicht zurückgegangen sei und versucht habe, Anna zu retten oder Hilfe zu holen. Er hätte sie doch retten können und Boy B sagte, er weiß es nicht. Er kann es nicht sagen, warum er nicht zurückgegangen ist, aber er hatte zu große Angst. Die Ermittler haben bei Boy B das Gefühl, dass er sich aus der ganzen Geschichte rauswindet und dass immer, wenn neue Fakten kommen, er sie einfach in seine Geschichte plausibel einbaut und sich dann immer wieder so ein bisschen rausschlingeln will und langsam erdrückt ihn aber die Beweislage. Die Ermittler gehen davon aus, dass Boy B schon gewusst haben muss, dass Boy A Anna was antun will, denn er sagte ja selber, dass er einen Monat bevor Anna verschwand mit Boy A dieses merkwürdige Gespräch geführt hat, in dem Boy A ihn gefragt hat, ob er nicht mal Lust hätte, jemanden zu erledigen. Boy A wird befragt und es werden ihm alle Beweise vorgehalten. Die DNA-Spuren auf Annas T-Shirt von ihm und das Blut an seinen Schuhen von Anna. Er tut alles ab und sagt zu den Ermittlern, sie machen doch Scherze, sie wollen mich doch auf den Arm nehmen. Außerdem zeigen die Ermittler ihnen ein Foto von dem Klebeband und auch dazu sagt er, das hat er noch nie gesehen und er wüsste gar nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Dann sagt er, dass sein seltsamer Suchverlauf auf dem Handy nur zustande gekommen ist, da er sich so viele Horrorfilme anguckt und dann hat er das vorgeschlagen gekriegt und ist da wohl versehentlich irgendwie drauf gelandet. Die Ermittler sagen Boy A, dass Boy B gestanden hat und Boy A tut selbst das total cool ab und sagt, ich weiß gar nicht, wovon sie sprechen, ich war mit Anna nicht alleine in einem Raum. Doch ein Spaziergänger hat Boy A am 14. Mai 2018 eilig aus dem Glenwood-Haus laufen sehen. Und das spricht natürlich auch wieder absolut gegen ihn. Warum sollte er denn so eilig und nervös aus diesem Haus verschwinden, wenn nichts passiert ist? So Leute, das Verfahren beginnt und ich muss euch sagen, dieses Verfahren ist wirklich ziemlich umfangreich. Alle, die also Bock haben, sich da noch ein bisschen intensiver reinzulesen, die können gerne bei mir in der Infobox mal vorbeischauen. Ich habe da einen Artikel verlinkt, der ist wirklich ziemlich ausführlich. Also, wer Bock hat, schaut da gerne mal vorbei. Ich habe für euch jetzt alle wichtigsten Infos, wie ich finde, zusammengepackt und erzähle euch mal, wie das Verfahren so lief. Alles in allem kann ich euch sagen, das Verfahren ist wirklich sehr behutsam abgelaufen. Also, die Richter haben zum Beispiel Zivilkleidung getragen. Es wurde allgemein keine richterliche Kleidung getragen. Die Presse wurde komplett ferngehalten und alle Stunde wurde eine 15-minütige Pause für die Jungs eingelegt. Außerdem war auch die Rede von Videolinks beziehungsweise Videochats, die für das Verfahren genutzt werden können und den Familien wurden Ruheräume angeboten, in denen sie sich in den Pausen dann zurückziehen konnten. Das Verfahren beginnt am 29. April 2019 im zentralen Strafgerichtshof. Boy A hat seinen Kopf auf der Schulter seines Vaters. Boy B hält die Hand seiner Mutter. Es sind sichtlich noch Kinder. Ein Modell vom Tatort wird detailliert mit einem 3D-Modellierungsprogramm nachgestellt. Das Verfahren gegen Boy B ist recht kompliziert, da es keine direkten Spuren von DNA oder Ähnlichem gibt. Sein Anwalt zog einen Arzt hinzu. Dieser diagnostizierte bei Boy B eine posttraumatische Belastungsstörung, da er den Angriff von Boy A auf Anna gesehen hat. Daher seien seine Aussagen verfälscht. Der Arzt wird in den Zeugenstand gerufen. Boy B hat ihm aber noch mehr gesagt als den Polizisten. Und das kommt ans Tageslicht. Er sagte, er sah Boy A mit offener Hose über Anna. Sein Anwalt sagte, Boy B war naiv gewesen. Er wollte die beiden nur beobachten, wie sie sich näher kommen. Die Fakten sprechen gegen Boy B. Denn er hat ja die Aussage getätigt, dass er einen Monat vorher mit Boy A gesprochen hat und er somit wusste, dass Boy A Anna eventuell etwas antun könnte. Boy B ist sichtlich gestresst und trägt Spuren davon. Während der Verhandlung hat er sogar einmal eine Panikattacke, weshalb die Sitzung vertagt wird. Dem Gericht wird ein Antrag gestellt. Es wird beantragt, dass eine Schaufensterpuppe mit der Kleidung von Boy A am Tag der Tat sowie der Maske und allem, was man in dem Rucksack fand, zur Veranschaulichung hinzugezogen werden soll. Der Richter lehnte aber ab, da zu viel Spekulationsgefahr besteht. Das Notizheft von Boy A zeigte Gewaltbereitschaft. Außerdem wurde eine Hausaufgabe von Boy A gezeigt. Hier wurde ein Fragebogen veröffentlicht, worauf aber nur Frage 1 berücksichtigt wurde. In dieser Frage stand, wo hältst du dich am liebsten auf? Boy A schrieb an verlassenen Orten. Außerdem wurde abgelehnt, dass die Videomaterialien und die Bildmaterialien, welche man auf den Handys fand, in dem Gericht hinzugezogen werden dürfen. Dann kam es dazu, dass der Prozess immer wieder vertagt wurde, unter anderem, weil psychologische Gutachten erstellt worden sind. Dann kam es endlich zur Urteilsverkündung am 5. November 2019. Boy A und Boy B sind die jüngsten Menschen, die je verurteilt wurden wegen Mordes in der Geschichte Irlands. Das Urteil für Boy A wird gesprochen. Er liegt in dem Arm von seinem Vater und weint. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe mit Überprüfung nach 12 Jahren und gleichzeitig wird er zu 12 Jahren wegen schwerer Nötigung verurteilt. Boy B hält die Hand seiner Mutter und macht währenddessen Atemübungen. Er ist sichtlich gestresst. Er bekommt 15 Jahre mit Überprüfung nach 8 Jahren und bis zur Volljährigkeit werden beide in Jugendhaft untergebracht. Danach kommen sie in die Erwachsenenhaft. Der Vater von Boy B ist sehr sauer. Er beleidigt alle Anwesenden im Saal und wird daraufhin verwiesen. Dann später darf er wieder rein. Sie werden in das Obertown Detention Center in Nord-Dublin inhaftiert. Im Mai 2020 kam es dazu, dass Mitinsassen von Boy A Übergriffe auf ihn durchgeführt haben. Bei diesen Übergriffen wurde Boy A leicht verletzt. Folgende Worte verfassten Annas Eltern dann später. Danke an all die wunderbaren Menschen da draußen, die uns unterstützt haben. Es gibt Gerechtigkeit für Anna. Der Richter hat die Strafe entschieden und es liegt alleine in seiner Verantwortung. Wir für uns können nur sagen, für immer ist nicht lang genug. Bitte erinnert euch immer an Anna und behaltet sie in eurem Herzen. Anna wurde am 31. Mai 2018 am Newland Cross Cemetery beerdigt. Ihre Eltern baten alle Anwesenden in einem farbenfrohen Dresscode zu kommen. Zitat Anna liebte Glanz und Farbe. Die Familie wünscht sich, dass die Kleiderordnung dies widerspiegelt. Eine russische Flagge und eine Matroschka-Puppe wurden auf ihren Sarg gelegt. Annas Eltern gründeten eine Wohltätigkeitsorganisation gemeinsam mit der Russian-Irish Adoption Group. Diese soll Teenagern helfen. Zur Ehren von Anna nannte man diese Wohltätigkeitsorganisation Annas Network of Adolescence. Abgekürzt A-N-A also wie ihr Name Anna. Ich finde das wirklich sehr, sehr rührend. Ein mediales Interesse wurde erweckt und eine Diskussion brach aus, wann anzügliche Inhalte bei Jugendlichen zu früh seien. In Irland und in Großbritannien war diese Diskussion ziemlich weit verbreitet. Weltweit ging der Fall doch durch die Medien. Auf Twitter und Facebook wurden die Jungen sogar identifiziert. Gegen Twitter und Facebook wurde eine Verfügung erstellt, um zu bewirken, dass alle Beiträge, die mit den Jungs im Zusammenhang stehen, entfernt werden. Gerade, weil es so junge Täter sind und gerade, weil sie aus einem so guten Elternhaus kommen. Beide. Deshalb sind die Menschen einfach so unglaublich interessiert daran, wie die Jungs so etwas tun konnten. Es gibt keine kriminelle Vergangenheit in beiden Familien. Es gibt keine dramatischen Erfahrungen. Es gibt keine Depressionen, keine psychischen Erkrankungen und keine psychotische Störungen bei beiden. Kein Hinweis auf Risikobereitschaft oder schlechte Impulskontrolle. Es gibt keine Faktoren in ihrem sozialen oder familiären Hintergrund, die das hätten ausgelöst. Beide hatten keine Schwierigkeiten mit Autorität umzugehen. Es ist so unglaubwürdig und doch so wahr. Ich finde, man kann aus diesem Fall wirklich einiges ziehen und für sich auch mitnehmen. Man sollte wirklich aufpassen, wem man traut. Man soll aufpassen, mit wem man mitgeht, auch wenn man die Person kennt. Man sollte sich sicher sein, ob man die Person wirklich gut kennt. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel Zeit im Internet verbringen, ist es umso wichtiger, dass man immer schaut, wem man vertraut und ob man dieser Person auch vertrauen kann. Was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung zu diesem Fall? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr dem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, dann wäre es mega korrekt, wenn ihr das tun würdet. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also vergesst nicht, wieder einzuschalten. Passt auf euch auf und bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.